Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Zum Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Montag, der 3. Juli 2023 und wir wollen uns einen ersten Blick über die anstehenden Events für die kommenden Tage widmen oder beziehungsweise zu Gemüte führen. Wir haben einen verhältnismäßig ruhigen Start in die Handelswoche zu erwarten, so viel steht definitiv fest. Wir haben morgen in den USA den sogenannten Independence Day. Das bedeutet, da werden US-Aktien beispielsweise gar nicht gehandelt, beziehungsweise auch Futures nur verkürzt. Und die Sache ist die, dass das natürlich Auswirkungen hat, dann auch entsprechend auf die europäischen Indizes, die hier entsprechende Impulse seitens der US-Märkte sich wünschen. Aber auch heute schon, bereits am Montag, also einen Tag vorher, haben wir so eine Art Brückentag. Das bedeutet, auch hier ist nur ein verkürzter Handel dann in den US-Aktien denkbar. Und auch hier ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir keine großen Action-Impulse zu sehen bekommen. Dennoch kann ich jetzt schon bereits vorwegnehmen, wir hatten übers Wochenende, auch wenn wir diese Woche zum Beispiel wiederum auch die Quartalszahlen, die Quartalsberichtssaison, die fängt an, aber wirklich Action sollten wir erst in der nächsten, übernächsten Woche wirklich erwarten. Dann mit beispielsweise einer Tesla, und auf die kommen wir jetzt zu sprechen, die haben nämlich übers Wochenende sogenannte Deliveries präsentiert. Und die waren erstaunlich stark, die waren wesentlich besser als erwartet, absolutes Allzeithoch mit den neu ausgelieferten Fahrzeugen. Und nach dem jüngsten Run natürlich eine Bestätigung hier, dann entsprechend der Bullishness, die hier vielleicht dann weitere Aufschläge sehr, sehr wahrscheinlich werden lässt. Ich will einen Blick darauf werfen, nicht nur auf die Zahlen selber, sondern auch den Blick insgesamt auf Tesla. Bevor wir allerdings starten, bevor wir einen Blick darauf werfen, auf den Detail, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Wir blicken hier auf Devisen und CFDs, gehebelte Handelsprodukte, die mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind diese Produkte nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter und kontaktiere auch den Service Desk für weitere Informationen. Nicht nur im Hinblick eben auf die Funktionsweise von FX und CFD-Produkten, gehebelte Produkte im Allgemeinen, sondern auch darüber hinausgehend natürlich im Hinblick auf ein möglicherweise dann früher oder später zu eröffnendes Live-Konto. Ganz kurz, mögliche Interessenskonflikte. Also ich bin Tesla Investor, das bedeutet also, ich habe in diesem Zusammenhang einen Interessenskonflikt. Ich möchte natürlich sehen, dass die Aktie weiter steigt, aber auch darüber hinausgehend möchte ich darauf hinweisen, dass alles, was ich hier jetzt in den folgenden Minuten präsentiere, rein edukativ und rein informativ zu verstehen und bitte zu interpretieren. Also ich gebe meine Sicht auf die Dinge, mein Gameplan, so wie ich es gerne handeln würde, sollte es so und so auftreten, was ich dann plante zu tun, aber dann vollständiges Risikoprofil. Dann bin ich nicht in der Lage, in irgendeiner Form abzuschätzen, den Anlagehorizont oder dergleichen und ausgehend hiervon ist all das, was ich jetzt präsentiere, wie gesagt, als rein edukativer, informativer und nicht als Anlageempfehlung in irgendeiner Form zu verstehen. Ganz kurz zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, finden Sie sich hier in der Mitte, finden Sie sich auf der Webseite xtb.com.de. Ein Grund, der mit Sicherheit dazu beigetragen haben dürfte, dass XTB diesen Pokal gewonnen hat, beziehungsweise die Auszeichnung, ist die X-Station 5, in die wir jetzt hier einen Blick werfen wollen und wo ich den Tesla-Chart schon mal vorbereitet habe. Nämlich auf Tagesbasis kann man hier erkennen, wir können erkennen den wunderschönen Ausverkauf, möchte man fast sagen, hier der stattgefunden hat über das vierte Quartal 2022, diese starke Beschleunigung auf der Unterseite, diese massiven Abschläge. Schon beginnend eigentlich ab April, Mai 2022 durch die Übernahme von Elon Musk. Warum, wieso, weshalb, haben wir damals schon Abschläge zu sehen bekommen. Irgendwie musste Musk entsprechend den Twitter-Deal ja stemmen und finanzieren und dafür hat er Tesla Aktien verkaufen müssen. Das ist dann auch bekannt geworden. Er hat dann auch nochmal weiter Stücke gegeben. Über das dritte, vierte Quartal hinweg, wenn ich das richtig zusammen bekomme. Auf jeden Fall scharfe Abschläge zu sehen bekommen, an der rein fundamentalen Situation allerdings hat das nichts geändert gehabt. Ganz im Gegenteil, ehrlich gesprochen, so in der Nachbetrachtung jetzt auch, waren das wahrscheinlich schon das Risikoverhältnis technisch extrem interessante Niveaus, die man hätte sich näher beleuchten, näher anschauen sollen. Wir haben dann eine erste starke Gegenbewegung zu sehen bekommen, ab Beginn des Jahres 2023, hier mit diesem Bounce, dieser Konsolidierung. Und sahen jetzt einen Rücksetzer auf die Earnings, auch hier, das waren die Earnings für das erste Quartal. Die waren, gut, die waren solide. Da konnte man nichts gegen sagen, aber dieses Gap Down, was wir hier zu sehen bekommen haben, das resultierte dann aus diversen Formulierungen, die Musk gewählt hatte im Earnings Call, beispielsweise im Hinblick auf die Kosten für Teslas. Dass er zum Beispiel sagt, oder sagte, dass er sich vorstellen könnte, Fahrzeuge im übertragenen Sinne zu den Produktionskosten an den Kunden rauszugeben. Wo natürlich bei jedem Investor die Alarmglocken angehen und sagen, was ist der gerade, der will ein Produkt verkaufen, ohne damit einen Profit zu machen. Der Profit, der entsteht an dieser Stelle von, oder über etwas, was jetzt zunehmend Thema wird und wo auch zunehmend massives Überraschungspotenzial besteht, weil sehr, sehr viel Skepsis weiter auch seitens des Marktes, seitens auch der Investoren, nicht Investoren, der Analysten zum Beispiel, hier vorherrscht. Und zwar im Hinblick auf das sogenannte Full-Self-Driving, kurz FSD, das autonomes Fahren und wo man sich im übertragenen Sinne an einen Tesla setzt und der automatisch einfach von A nach B fährt. Robotaxis sind in dem Zusammenhang auch ein Thema und Tesla ist in diesem Bereich extrem stark aufgestellt und sehr weit vorangeschritten. Und genau das sorgt dafür, dass Tesla ein massives Aufwertungspotenzial hat, denn das wird sich dramatisch auf die Bruttogewinnmarge, auf die Fahrzeuge auswirken. Tesla hat aktuelle Bruttogewinnmarge, glaube ich, im Bereich um die 20 Prozent, leicht runter jetzt nach den Price Cuts. Das ist ungefähr Luxussegment BMW aktuell. Mit FSD sprechen wir von Gewinnmargen pro Fahrzeug, was vom Band läuft bei Tesla und was über Software-Updates im Grunde genommen gespeist wird. Also dafür ist noch nicht was nötig, dass du bei Tesla vorstellig wirst, soweit ich das mitverfolgt habe. Und selbst wenn, ist das überschaubar, der Aufwand, der da betrieben wird, sprechen wir von Gewinnmargen weit, 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 weit über 50 Prozent, die da realisiert werden können. Was natürlich einen enormen Boost für die Gesamtprofitabilität des Unternehmens nach sich zieht. Und wie auch immer geartet, Fakt ist, wir haben hier auf jeden Fall ein Gap Down zu sehen bekommen, infolge dieser News. Aber dann hat die Tesla-Aktie sich begonnen, so ein bisschen zu fangen. Dieses Gap Up, wiederum, was aus dem Earnings Call davor im Januar auf den Weg gebracht worden ist, das wurde teilweise hier geschlossen. Und dann sehen wir ein Curl Up und eine starke Beschleunigung auf der Oberseite. Die ist auf den Weg gebracht worden, durch, oder folgend auf, den sogenannten, das ist Shareholder-Meeting, was stattgefunden hat von Tesla im Mai. Wer auch immer da gekauft hat, aber wer es verfolgt hat, sowohl auf dem Tape verfolgt hat, als auch dann grundsätzlich im Volumen, der konnte ganz klar erkennen, da ist jemand Stücke regelrecht am Aufsaugen. Also richtig aggressiv gekauft, get me in, so im übertragenen Sinne. Ich will die Aktie haben, koste es, was es wolle, im übertragenen Sinne. Versuche einfach nur, mir Titel zu besorgen. Das konnte man auch aus dem Tape lesen, auch im ganz kurzfristigen Bereich beispielsweise, konnte man da 50.000er-Block sehen, die da aufgesogen worden sind, die da entsprechend über den Ticker gegangen sind. Und die Aktie hat ausgehend hiervon Aufschläge zu sehen bekommen von rund 80%, 70, 80% innerhalb von noch nichtmals vier Wochen. Hat jetzt eine sehr, sehr starke Extension auf der Oberseite zu sehen bekommen. Also ist aus rein technischen Gefilden, meiner Einschätzung nach, stark überdehnt auf der Oberseite. Und schreit regelrecht nach einem Pull-In. Und ich hatte in diesem, oder ich habe immer noch auch in gewisser Form, die Deliveries, die jetzt angestanden sind, die jetzt über dem Wochenende veröffentlicht worden sind, also gestern am Sonntag, hatte die als potenziellen Grund, wenn die enttäuschen dürften, für einen Rücksetzer. Vielleicht nochmal für einen Test der 240, der 235er-Region. Hier gab es ein, ich nenne es immer das Supercharger-Gap von GM, die Infrastruktur von Tesla hier im Hinblick auf die Ladestation in den USA mit deren NACS-Lademöglichkeiten. Anders als in Europa, da haben wir ein CCS-Ladesystem oder beziehungsweise einen Anschluss. Und da greifen immer mehr jetzt auf die Tesla-Infrastruktur zusammen, beziehungsweise zurück, beziehungsweise stellen Kooperationen her. Also sei es Ford, in dem Fall war es hier General Motors gewesen, wo dieses Cap entstanden ist, Rivian oder jetzt auch jüngst zum Beispiel Volkswagen. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass wir diesen, oder hätte mir vorstellen können, mal gucken, ob das jetzt noch stattfindet, dass wir solche einen Retests bekommen, wenn wir die Deliveries nur im Bereich um die Erwartung ausgegeben sehen. Ja, und dann haben wir sie hier, ich habe sie gestern getwittert gehabt, 466.000 gegen 447.000, 448.000 ausgelieferte Fahrzeuge im zweiten Quartal. Und also deutlich über der Erwartung. Ich habe jetzt schon erste Indikationen, ich habe noch keine konkreten Zahlen aus der Vorbörse an der NASDAQ, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir ungefähr im Bereich um plus 4 bis plus 5 Prozent auf außerbörslichen Plattformen gehandelt werden für Tesla. Das bringt uns ungefähr ein Kursgefilter um 2,75. Man sollte da sehr vorsichtig sein im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Erstmal mal gucken, was heute überhaupt passiert. Dünner Handel, beziehungsweise Feiertag in den USA. Am Morgen, da wird gar kein Handel stattfinden. Was ich mir vorstellen könnte für die Aktie wäre, dass wir eventuell nochmal die 2,80 anlaufen, vielleicht einen kurzen Push drüber zu sehen bekommen und diese übergeordnete Abwärtstrendlinie testen. Aber dass wir von dort dann eventuell ein Überrollen zu sehen bekommen und nochmal einen Rücksetzer. Auch günstig durch den Umstand, dass wir übergeordnet, meiner Einschätzung nach, das Potenzial für so einen sogenannten Rug Pull haben. Also Rug Pull bedeutet an der Stelle eine scharfe, kurze Korrekturbewegung, die begünstigt wird, einfach durch den Umstand. Wir haben eine recht restriktive, hawkische Fett zu sehen bekommen vor rund 2 Wochen, 2,5 Wochen. Und der Markt wurde potenziell hochgehalten durch Portfolio Managers, die starke Titel ins Portfolio holen, im ersten Halbjahr stark gelaufen sind und waren dann natürlich im Big Tech Bereich genau richtig, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, wie eine Microsoft, eine Apple oder eine Google, auch eine Tesla beispielsweise. Und dafür gesorgt haben, dass wir auf diese restriktive Haltung und die Aussicht vielleicht seitens dieser Portfolio Manager keinen restriktiven Kurs zu sehen bekommen in der zweiten Jahreshälfte oder in weniger restriktiven Kurs, als das, das jetzt in Aussicht gestellt worden ist, dass das eben der Grund ist, dass der Markt sich hat hochhalten können, dass wir jetzt kurzzeitig eine scharfe Korrektur sehen und dass wir dann aber rechtzügig wieder Käufer reinkommen sehen. Und was wir wissen ist, dass Tesla eben recht positiv korreliert ist zum Nasdaq. Das heißt also, sollten wir vom Überbauern im Markt dieses Signal bekommen, wäre nicht auszuschließen, dass wir nach diesem kurzen Gap ab, aber dem Scheitern im Bereich um 2,80, 2,85 erstmal einen Rücksetzer in Gefilde nochmal um 2,35, 2,40 sehen. Da stellt sich dann die Frage, sind wir in der Lage, diese Tiefs zu halten. Falls ja, glaube ich, ist das dann Chancers-Risiko-Verhältnis-Technisch ein sehr, sehr interessanter Bereich, gegen den man durchaus mal in Betracht ziehen sollte, Tesla für eine Position über die nächsten 6 bis 12 Monate vielleicht auch längerfristig noch darüber hinausgehen ins Portfolio zu nehmen, weil die Wachstumsaussichten sind schon enorm. Also nicht im Hinblick auf die ausgeliefertten Fahrzeuge, sondern auch darüber hinausgehend Full Self-Driving, der Tesla-Bot Optimus zum Beispiel. Dann haben wir noch Megapacks seitens der Energieversorgung, seitens Teslas. Tesla ist ja nicht nur ein klassischer Autobauer, sondern Tesla ist ja darüber hinausgehend auch ein Software-Provider beziehungsweise beispielsweise eben auch ein Energielieferant im übertragenen Sinne. Mit diesen Energie-Packs, Battery-Packs, Megapacks, die dort eben mit hohen Gewinnmargen auf den Markt gegeben werden, früher oder später, beziehungsweise jetzt schon vom Band laufen. Tatsächlich, also da gibt es ein enormes Potenzial, was Tesla noch hat und wo ich mir sehr gut auch vorstellen könnte, dass wir, sofern wir in der Lage sind, diese Gaps hier um 2,40, 2,35 zu halten, dass wir in den kommenden 6 Monaten mindestens bis 3,20 laufen, eventuell sogar höher und so weit weg von den Allzeithochs sind wir dann auch nicht mehr. Also Tesla ist definitiv einen näheren Blick wert, auch nach den Deliveries jetzt und dann auch für die kommenden Monate. Das ist das meinerseits für heute gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stopps auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.